ARD Text im Auftrag von Funk Müsst es nicht raus, oder? Äh, kein. Ey, nur. Geht da in den Woschmuschel? Boah! Voller, das brauch ich auch noch! Ah, boah! 2500 Schilling vom Herrn Böcke. 190 von mir. Bedanken Sie sich, Herr Böcke. Danke, Böcke. Ja, schieß doch! Schieß doch endlich! Hilfe! Hilfe! War Ewe, ein Wigger Doghead, gell? Ja. Voll fast. Mhm. Du siegern zum Kino.